Sehr schön. Oh, danke. Ich kann auf den Strecke. Los, die Arme nach oben. Hier, so. Lass ihn, stell dich aufrecht hin. Bitte guck in die Kamera. Und einfach lächel. Ja, ja. Versteck vielleicht noch auf den Strecke. Er will, dass ich auf die andere Seite gehe. Ich will, dass wir die Stöcke nochmal hochhalten. Nochmal. Emotional haben wir in letzter Zeit viel durchgemacht. Mein Dad ist vor acht Monaten gestorben. Und deshalb sind wir hier. Auf das Genießen. Auf das Genießen. Wenn du einen Elternteil verlierst, wird das Ticken immer lauter. Heute ist alles, was wir haben. Was wir haben, ja. Starker Spruch. Vielleicht fahren wir mal das Biest nach dem Essen. Oh, weiß nicht. Ich glaube, die ist nicht so schwer. Bei uns wäre das eine blaue. Ist das okay, Pete? Alles ist gut. Es sah aus, als würde sie uns töten. Für einen Moment. Und die Kinder, die haben geschrien, weil sich so angefühlt hat, als wär's das gewesen. Pete? Wow. Und ich seh rüber zu Pete. Nur der hatte sich sein Handy geschneit. Pete hatte uns verlassen. Peace. Life's a race. Ich hatte euch keineswegs verlassen. I'm gonna win. Ich wollte Hilfe holen. Yes. I'm gonna win. So ist das nicht gelaufen. I choose to survive. I choose to survive. Heute ist alles, was wir haben. Wie hätte ich wegrennen sollen? In Skischuhen. Was? Kannst du in Skischuhen rennen? Nicht wirklich gut, aber... Boom. Genau. Aber egal. Ich würde meine Familie nie zum Sterben zurücklassen. Das nenne ich Boom. Du hast das Recht, wütend zu sein. Da wird's nur schwarz und weiß. Wow. Ach, nur schwarz und weiß. Wie alt bist du? 30? Oh. Es gibt nur eins, worüber ich mir jetzt Gedanken machen muss. Und das ist hier runterzufahren. Ich kann nicht verstehen, wieso es keinerlei Warnhinweise gegeben hat. Es gab Warnhinweise. Was? An den Liften und Gondeln, Hotelrezeptionen, in Restaurants, Geschäften, Bars, Getränkeautomaten. Wir haben keine gesehen. Naja. Downhill.